Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal, wie man in Word ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Ich habe jetzt hier schon mal meine Gliederung aufgeschrieben und ich möchte das jetzt Ganze so ein bisschen strukturieren. Und das mache ich ganz einfach, indem ich hier oben bei Formatvorlagen auf Überschrift gehe. Also ich klicke das an, wo ich sage, okay, das sind die Hauptbereiche, Einleitung, Hauptteil. Dann nehme ich hier Überschrift 1 heißt das Ganze. Ihr seht schon, das wird hier größer. Und zum Hauptteil gehören diese ganzen Sachen hier, die markiere ich mal und mache daraus Überschrift 2. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen kleiner geworden. Und das Ganze unten hier, Schluss und Anhang, mache ich wieder groß. Das ist ein größerer Punkt. Das heißt, dieser ganze Hauptteil hier, man sieht ja schon, wenn ich hier drauf klicke, zack, der verschwindet. Also das ist hier quasi gehört alles zum Hauptteil. Und diese beiden Sachen, die will ich, dass die noch als Unterpunkte zur mündlichen Prüfung sind. Und deswegen gehe ich hier oben auf Überschrift 3. Also jetzt merkt ihr schon, hier, wenn ich das Ganze mal zusammenklappe, wunderbar. Und das Ganze kann ich hier noch unter mündlichen Prüfung auch auseinander klamüsern. Also das ist jetzt quasi schon mal hier so grob meine Gliederung. Natürlich jetzt hier eine einfache Version. Und jetzt möchten wir das Ganze ja noch als Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen machen. Und das funktioniert folgendermaßen. Hier oben seht ihr den Reiter Referenzen. Da klickt ihr drauf und ganz links Inhaltsverzeichnis. Wenn ihr darauf klickt, dann seht ihr, es kommen automatisch so Verzeichnisse. Ich nehme einfach mal das erste und wups, habe ich das schon erstellt. Das Ganze hier, ich mache wieder höher, damit es übersichtlicher wirkt. Ich habe das jetzt mal auf zwei Seiten für euch gemacht, damit ihr das besser erkennen könnt. Und jetzt habe ich schon mein Inhaltsverzeichnis. Jetzt steht noch Seitenzahl 2, weil das ja alles auf Seite 2 ist. Wenn ich das natürlich jetzt später ändere mit Textfüller, dann soll sich das automatisch auch aktualisieren. So, und jetzt möchte ich natürlich das Ganze noch nummeriert haben. Deswegen markiere ich das alles. Gehe hier oben auf Start und dann hier auf Liste mit mehreren Ebenen. Und ich möchte natürlich die detaillierteste Liste, die detailreichste Liste, hier diese hier. Da klicke ich drauf und siehe da, wunderbar, habe ich alle Unterpunkte markiert. Also Punkt 1, Einleitung, Punkt 2, Hauptteil, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 und 2, 4 hat ja noch die beiden Unterpunkte hier. Report und klassische Variante, Punkt 3, Punkt 4, wunderbar. Und das Ganze soll jetzt natürlich hier auch in meinem Inhaltsverzeichnis aktualisiert werden. Das kann ich machen, indem ich hier draufklicke und auf Inhaltsverzeichnis aktualisieren gehe. Und siehe da, er hat es auch übernommen. Klasse, jetzt kann ich das Ganze natürlich noch mit Text füllen. Das mache ich jetzt mal. So, und jetzt klicke ich hier nochmal auf Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Und dann seht ihr auch schon wunderbar, die Seitenzahlen haben sich auch alle aktualisiert. Das heißt, das passt alles. Super, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.